So, das sind jetzt die letzten drei, davon haben wir zweimal Brüder, einmal jetzt zunächst Elvis und dann zum Schluss Laudis, der ältere darf zuerst, das ist Elvis und ja zu diesem Team, ich versuche wirklich bei allen was rauszuregen, aber zu den Letten weiß ich nichts, das war auch schwer. Ja, definitiv und man sieht einfach schon an der Drohne, wie schnell das, dass das ist und dass die Jungs da sich ordentlich runterhauen. So ist es. Au, auf! Nein, nein, nein. Böser Sturz, jetzt kommt es vor Schluss auch noch. So eine blöde Stelle. Aber, wow, das war komplett ins Flache. Oh, aber, da wäre jetzt Airbag angesagt gewesen, nach meiner Meinung hat er keinen. Richtet sich auf, was jetzt zunächst mal ein vermeintlich gutes Zeichen ist. Ach, das war ja wieder grausig. Oh, voll ins Flache. Also was eine positive Reaktion war, dass er erstmal wütend die Bindung aufgetreten hat. Jetzt, schau mal. Kommt da nochmal Druck und ist zu tief mit dem Gesäß und dann einen Voll-High-Sider. Boah! Aber ist auf dem Rücken. Ja, ja, das war sein Glück. Das war sein Glück. Da ist der Projekte. Das war ein Abgang. Sag mal. Aber gerade noch, gerade noch die linke Schulter durchgekriegt. Also, ich hoffe, das ging gut. Schreckt Sekunde. Jetzt hier beim drittletzten Schar. Steht. Steht. Ja. Ja. Das war schon. Wenn es der Bilder der Tare würde haben. Ja. Also, jetzt bitte, die letzten zwei auch noch.